Willkommen zurück an diesem regnerischen Sommertag. So ein Sommergewitter, ist ja sehr erfrischend, vielleicht auch für unsere Jungs hier. Wäre wichtig, denn wir haben ja drei Vierer dabei, also das wird eine harte Nummer. Ich denke mal, wenn wir mit zwei Leuten wieder rauskommen, sind wir gut. Wir schauen mal. That's the loading elevator. Prepare to board, Marines. Na dann. Junge, was für Geräusche hier. Okie dokie. Ich würde doch mal sagen, die werden sich freuen. Oh, Jesus. Reach the bridge, ey, da muss ich erstmal hinkommen. Wir erkunden erstmal, weil es ist mit drei Vierern eigentlich. Ich weiß, ich bin falsch. Naja, so falsch schon auch nicht. Machen wir mal auf. Cut that door open. Open up, Sesame. Door open. Safe position taken. It's quiet. Too quiet. Vielleicht kriegen wir den Punkt auch noch. Dann werden wir ja die Türen aufbekommen. Das wäre schon ganz gut. Oh, sehr schön. Wie viele Kisten gibt es hier? Oh, jede Menge. Oh Gott, wie viele Zugänge. Welchen immer? Ach, du Schande, nehmen wir doch lieber den Linken. Linken. Also, ehrlich gesagt, mit den drei Vierern habe ich nicht viel Vertrauen in unser Team. Es ist einfach so. Oh, was soll ich da zu sagen? Ich weiß, ich wollte ja eigentlich direkt zum Ziel, aber da kriegen wir halt die Türen besser auf. Leute, es ist ein Versuch, okay? Nehmen wir das mal so. Oh. Oh, oh, oh. Na, wo lang? Das ist jetzt die Frage. Oh. Ja, theoretisch, ja, da müssen wir jetzt erstmal rein. Oh, da kommt auch einer. Okay, dann geben wir ihm erstmal. Unterstützungsfeuer. Typen. Okay, das waren nicht irgendwie Typen, aber hier kommt ja auch noch was. Stopp, Feuer. Da muss gleich mal Feuer ins Haus. Und gleich mal hier so eine Ladung. Gut, wow. Scheiße. Scheiße. Was ist hier los, ey? Ne, Unterstützungsfeuer. Oh, ne. Don't missle me. Ah, ne. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist noch. Achso, na, der, der wird immer eben gut. Beigeschützt hier. Und tschüss. Nein, das kann er nicht. Nein, das kann er nicht fallen. Ey, boah, kann ich nicht. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da kommt noch mehr. Ah, ich kann noch nicht. Ähm, ne, wir können noch nicht. In the name of Marlow, hunt them down. Und er ist schon weg, ey, von den Vierern. Ja, los. Stopp. Der ist im Koma. Kriegen wir den noch fit? Den müssen wir jetzt tragen. Scheiße. Und das war der Sunny, der umgefallen ist. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ja, müssen wir ja, aber es hilft ja nichts. Ja, dann trage ihn. Wir brauchen den Sunny. Ja, das ist mir auf jeden Fall sicher gehen. Ja, ja, Breach it's Wall ist gut, ey. Das ist mal Feuer. Ja, ja, ja. Immer da zwischendurch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Glorious death. More enemies. Aye, aye, aye. So. Someone's here. I hate that place, man. Bring him down. Brothers, I'm hit. Reloading. No, 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 no. Hallo? Ey, warum geht denn das nicht? So, jetzt geht's. Dauert aber heute echt lang. So, Unterstützungsfeuer? Können wir nicht. Oh, oh, oh. Können wir mal noch nicht. Gibt da noch was anderes in der Granate gehen? Eine Granate ist immer gut. Das ist so eine Lösung. Da kommt eine, damit hier Ruhe ist. Ja. Jetzt ist aber auch wirklich mal Ruhe. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 tragen wir ja. So, jetzt ist mal gut hier. Wo sind wir denn? Kurz davor. Wir müssen das Ding hier aufmachen. Können wir aber nicht. Ja. Nein, weil das sind Vierer. Das nutzt ja nix. Oh Mann, ey. Ja, also, eigentlich war die Aktion ist komplett umsonst. Wir können auch mal gucken, wo wir da rechts sind, wie wir weiterkommen. Obwohl es natürlich mega langsam läuft. Na, komm her. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das kommt auch noch. Also, es ist mit Vierern. Ich glaube, das hätte man echt warten müssen. Ja. Das kannst du echt vergessen. Na gut, das sind nur Typen. Das ist okay. Die kommen jetzt wieder von da. Die kommen jetzt wieder von da. Aber nix mehr. Oh, 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 oh. Boah, wir haben nix. Scheiße. Nein, 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 nein. Keine Chance. Okay. Doki, Leute. Das war jetzt nur mal so, um zu zeigen, wie es nicht geht. So geht's nicht. Okay, wir müssen aber durch. Ich werde jetzt nicht komplett zurückladen und dann zwei, drei Tage verstreichen lassen. Denn wir haben ja nur wenige Tage, bis sich der Planeta auflöst. Äh, also nochmal neu starten in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Oh, so ein Like tut gut. Bis dann. Ciao. Stopp, 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 stopp. Nee, ich mache noch weiter. Denn, ich habe es gerade beim Schneiden gemerkt, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne mal so die Videos auf 30 Minuten bringen. Ich finde, das ist sehr angenehm. So eine Stunde oder so ist schon relativ lang. Und ja, vor allem, ich schneide das ja nicht großartig raus. Natürlich so Ladebalken, das schneide ich dann raus, weil das weh ja keiner. Das nervt nur mich, dann soll euch ja nicht nerven. Aber ansonsten kriegt man halt mal einen auf die Mütze. Und das kann man ja mal ruhig zeigen. Hallo? Äh, das machen auch alle die Großen, angeblich YouTuber. Die können das ja an einem ran. Das ist ja Schwachsinn, habe ich schon mal gesagt. Sowas gibt es nicht. Das kann man schön zusammenschneiden. Könnte ich auch, aber will ich nicht. Weil das ist einfach so, dass man einfach mal einen auf die Mütze kriegt. Da muss man halt durch. Hey, hallo? Was soll denn das sonst? So, jetzt probiere ich das mal links rum. Auf geht's. Ich habe jetzt echt Bock auf das Spiel. Und ich will gucken, wie man am besten mit diesem Viererteam, wie gesagt. Ich habe ja nicht meine Supersoldaten dabei. Das ist es ja. Hätte ich die dabei, wäre es ein anderer Schnack. So, jetzt gucken wir da mal hin. Kann sein, dass es jetzt auch wieder tödlich endet. Aber dann ist es halt in der nächsten Folge noch cooler. Huch. Was ist los? Toll. Ja, das ist doch da, wo wir gerade im ersten Versuch hin wollten, oder? Nee, der ist da. Ja, also da wieder. Ach, du Scheiße. Nee, ich suche nach einer Karte, die immer einfach interaktiver ist als diese Scheißkarte. Muss ich immer dann hinterher drehen in die Blickrichtung. Das ist doch Blödsinn, ey. Naja, gut. Ich bin schon tausendmal drüber aufgeregt. Ja, dann müssen wir jetzt links lanzen. Ja, halt doch. Da geht's doch eh nicht weiter. Toll. Ah, die Kiste. Hm. Hm, 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 hm. Kisten. Ja, jetzt bräuchte ich eher Werkzeuge. Na ja, gut, was soll's. So, also da kommen wir jetzt nicht durch. So, jetzt müssen wir in dieser tollen Karte gucken, aber eh. Das geht ja nicht. Ich weiß, was sehen. Das nochmal schauen. Nö, ist von der anderen Seite. Na gut, weiter geht's. Und wir gehen jetzt von hier aus dann einfach mal nach links. Ja, da müssen wir das Ding halt hier durchschweißen. Durchschweißen. So, warum kann man die Karte jetzt nicht, dass sie sich drehen kann? Und das, ja, nervt halt sowas. Okay. Quiet gibt's hier nicht. Äh, wir wollen doch mal einen Versuch starten. Bam. Wo ist die Grenade? Geht dann da hin. Bring him down! More sickles incoming! Watch out! Burn! Yeah! Don't mess with me! Ura! Oh! Double time! Erstmal eine Ecke suchen. So. Haben wir nicht. Ist klar. Aber wir haben... Granat. Toll. Ich wollte die abbrechen. Das ist egal. Weiter geht's. Es ist Playstation. Nicht zu tun. Nicht zu machen. Schaffen wir. Schaffen wir. Die sind sogar gut. Die Vierer. Sie könnten ganz gut sein. So. Wo gucken die jetzt hin? Oh. Diese Karte. Leute. Echt. Die macht mich fertig. Wieder nix. Zum Kotzen. Bitte. Jetzt gib mir mal hier irgendwas. Das Gerät kann ich gleich aufstellen. Das ist nicht ganz gut. Ruhe. Okay. Ruhe im Stall. Das ist gut. Das ist schon mal gut. So. Kommt hier wieder einer. Nein. Den kriegen wir nicht mehr. So. Auf geht's. Weiter dann. Tango. Tango. Straight ahead. Come on, Team. Ah. Keine Tür. Move. Move. Äh. Wo ist der Fünfte? Hallo? Was ist los hier? Ich wieder einen verloren. Roger. Ah. Don't move. Gonna fix you up the best I can. Here you go. Good as new. Ja. Sieht gut aus. Wir haben noch ein Medipack. Jetzt könnte ich diesen einen dann auch heilen. Ja. Sollte ich vielleicht auch machen. Here you go. Good as new. Ja. Wie kommen wir da jetzt hin? Das ist der totaler Schwachsinn. Oh. Was ist denn das jetzt wieder? Okay. Ja. Es nervt mich gerade, weil ich mit diesem Vierer-Team unterwegs bin. Und das ist so schwer. Grenade. Sie sehen uns. Good job, Guys. Bring him down. Watch out. Take a breath. Watch that stretch. Tango down. Mann, ey. Ich komme ja niemals da hin. Ich muss echt so laufen, um mich auf der Karte zurechtzufinden, weil das ist, weil die nicht dynamisch mitgehen. Das ist scheiße. Wir kommen ja nicht weiter. Wir müssen da durch. Also wieder raus. Gucken, ist das jetzt hier nicht die Tür? So. Ach du Scheiße. Erstmal ganz in die Ecke. Ja, wir haben ja kein Werkzeug. Scheiße. Also geht's nur hier. Nein, das heißt ja auch nichts Gutes. Kommt, sagen wir mal ehrlich. Na los, rein. Ah, da ist noch was. Ist da noch was? Okidoki. Aber nochmal bitte, bitte mit dem Werkzeug. Nein, bisher nicht. Kisten, ja. Wir brauchen alles. Wir brauchen einfach nur alles. Wir haben kein Werkzeug. Munition. Oh, nee. Können wir wieder nicht weiter. Weil wir kein Werkzeug haben. Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht. Voll. Und nun? Ach, du Schande. Echt, du glaubst es nicht. Also müssen wir theoretisch zurück. Dann hier durch. Gut, wir haben hier noch eine Kiste in dem anderen Raum. Das stimmt. Schauen wir uns die nochmal an. Ja, diese Kiste. Vielleicht haben wir da einen Werkzeug. Komm, auf geht's. Eine Kiste in der Kiste. Aber noch was. Ja, Munition. Datapack. Das ist ja nett. Ja, theoretisch brauchen wir das auch alles. Also müssen wir was mitnehmen. Wir müssen alles mitnehmen. Damit wir nicht wieder mit Fehrern rumlaufen. Das ist es ja. Hier, das ist auch noch. Let's see, what's inside. Ja. Wir haben was. Äh, wir haben einmal Werkzeug. Dann los, rein da. Die Tür machen wir jetzt auf. Verhoffen, dass wir dahinter weiterkommen. Entriegeln bitte. Wenn wir jetzt sterben, haben wir echt alles getan, was wir konnten. Leute, lacht mal. Alles ist gut. Just the game. Oh, ey. Wohin? Ich habe multiple signals. Ach, es geht das Wetten. Kommt gleich wieder. Äh, können wir nicht. Because you don't have the shit. Oh, das sieht nicht gut aus. So, was haben wir denn hier? Äh, der Stallion. Keine Ahnung, was ist der Stallion. Oh, weg 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 weg. Hm. Ja. Keine Ahnung. Ja. Mit mir istiyorum. Dann nuts. Dann ne mich. Dann fahr損. Es ver 벌ert. Es verbetrifter. oder von hinten bitte sie gut aus sie gut aus sie gut aus jetzt noch einmal Feuer haben wir nicht jetzt noch einmal können wir das verwenden nein noch nicht scheiße Leute diese Geräusche echte als wäre hier irgendetwas los das ist ja nur ein Typ wir können wieder nicht schicken jetzt mach den Typen dahinten platt 2 2 Mann kurz vor dem Ende aufpassen gut stopp so erstmal haben wir noch heilung haben wir nicht mehr mist 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 oh und schon weg scheiße schon wieder ein also grad noch einmal da kommt sie schon wieder 1 1 1 1 1 1 2 zum heilen also ich glaube die mission wow nur noch 3 die können wir wahrscheinlich ganz neu starten den müssen wir tragen 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 12 Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Wir können gar nichts machen. Dafür sind die zu schwach, die Vierer. Ja, das kriegen wir so nicht hin. Ach Gott, ey. Leute, das wird jetzt ein Untergang. Weil die Vierer einfach nichts an Punkten generieren. Und somit, äh, keine Schnitte. Keine, absolut, so keine Schnitte. Hm, ich überlege mir was. Und wir sehen uns in Kürze. Weil es muss ja schließlich gelöst werden. Also, von daher, ey. Genießt das Leben. Lacht viel. Und gebt mal ein Like. Ich würde mich echt freuen. Also, bis dann. Ciao.